hey leute schaut die kummer games und in diesem video geht es um die amv r rips für die quest 3 ich habe hier zwei zur auswahl einerseits ein gummi strap also ihr habt hier so ein silikon ja so eine ummantelung wo ihr hier den akku austauschen könnt hier seht ihr das so ganz cool mit so einem fach aber es gibt hier auch eins von amvr wo das ganze einfach mit der kappe hier ausgetauscht wird diese beiden sachen werde ich euch hier präsentieren und am ende euch sagen was ich von den beiden halte also bleibt dran na dann probieren wir mal die beiden straps hier aus das ist noch schön verpackt darum ja wobei das ist einfacher zu installieren deswegen probiere ich doch mal erst mal dieses hier aus denn hier müssen wir nichts überstülpen hier wird einfach nur der die kappe ausgetauscht das ist wohl insgesamt am einfachsten wir das ganze mal aus das ist immer so fest so na okay einfach hoch man kann sich auch anstellen so schön verpackt hier schön nebeneinander das hier ist stinknormales pu leder und das hier ist festes man festes material hier ist aber ein bisschen gummiert das ganze könnte beim grip tatsächlich helfen denn ich finde schon die sind klein liegen zwar gut in der hand aber wenn ich jetzt smash drums oder so spiele ich habe schon angst dass ich die verliere und dass sie mir irgendwie aus der hand rutschen klar gibt es dieses ding hierfür aber warum nicht also kostet auch nicht so viel jetzt natürlich viel einfacher einfach draufklicken dann kommt das ganze ab und dann kommt dieses ding hier dran klick und dann habt ihr das auch schon das war's öffnen gucken da sitzt und wir haben das ganze sitzt sehr präzise in der hand auch gefällt mir das gar nicht so gut weil ich würde so nicht spielen meine art ist mehr so ja so locker hier habe ich schon das gefühl ich möchte das ein bisschen lockerer haben aber ist ja gar kein problem wobei es hier so ein bisschen hier drüber geht dann ja das werk wo hier ist ein bisschen zu weit oben meiner meinung nach hier in dem bereich denn wenn ich das jetzt lockerer haben will geht das nicht wirklich weil es dann sich nicht so gut um biegt das ist ein bisschen schade aber mehr jammern auf hohem niveau es fühlt sich erst mal so gut an und sitzt sehr gut in der hand man kann sich wahrscheinlich gewöhnen ja kann man machen testen wir mal die andere seite einfach mal gucken wie das gemeinsam aussieht ist auf jeden fall sehr leicht zu installieren und auch zu ändern sollte solltet ihr in ganz stock oder so nutzen könnte das ganz einfach abnehmen und dann anderes dran machen das ist gar kein problem so ja und dann habt ihr eure amvr grips installiert und seid ready to go ja so wenn man die hält das schon bombensicher und fühlt sich angenehm an wie gesagt hier ein bisschen für mich könnte das ein tick höher sein insgesamt damit das damit ich das ein bisschen lockerer tragen kann aber es wahrscheinlich geschmackssache aber ich nehme an das wird bei den anderen genauso sein denn das material ist letzten ends das gleiche aber ja gut wir haben sich daran angepasst dass der bis hierhin geht also der das cover und eben nicht bis hier hoch aber ja ist gut werde ich auf jeden fall erst mal ein bisschen testen müssen um noch mehr dazu zu sagen das mache ich dann bei meinem fazit da gehen wir dann direkt zu den nächsten hier dass man mache ich den fehler hier geht es doch anders aus auf ok hier ist das tolle ihr könnt hier die batterie öffnen ja hier ist ein batterie fach das ist eigentlich ganz cool wird man nicht so häufig brauchen aber wenn man das ding schon komplett überstülpt dann ist es cool wenn man daran kommt machen wir die noch mal ab das besser brauchen wir nicht mehr hier ist alles so silikon mäßig und es wird hier im prinzip ganz genau so dran gemacht muss ich gucken welcher das ist schlaufe durch am besten immer die schlaufe als erstes durch dann müsste die nicht nachher irgendwie rein frickeln so und dann müsst ihr hier gucken dass ihr das ganze dann auch hier dran slidet vielleicht hier öffnen dann seht ihr das vielleicht so ein bisschen genau hier könnt ihr dann so ein bisschen erahnen wo das ganze lang geht na komm ok man kann es auch ok man kann es anscheinend auch rausholen wo seht ihr das hier ist befestigt das ding ist für den akku eigentlich ok wie komme ich denn jetzt genau man kommt nämlich nicht an den akku gut machen wir das anders in der anleitung steht es anders aber ich probiere es jetzt einfach mal so mache das ding vorher dran so sitzt fest ja und jetzt kommt hier der akku dran so habt ihr das hier drüber könnt ihr dann hier so rein stopfen dass es nicht im weg ist und dann kommt das ding hier drüber und hier in der seite ist so ein nups ich weiß nicht ob ihr den sehen könnt da muss dieses stück plastik sich quasi befestigen und dann einmal über den controller rüber akkufach ach guck mal hier das seil schon wieder akkufach zu und dann ist es glaube ich fertig installiert so das außenstrap ist das gleiche vom material her aber es sitzt tatsächlich trotzdem ein bisschen lockerer wo mir gefällt es jetzt schon viel besser die frage natürlich wie gut hält das aber ja kein ring gar nichts kann natürlich passieren dass das hier runterrutscht ja das natürlich so eine sache im schlimmsten fall kann das hier runterrutschen es ist eben es hat eben kein ring woran es sich befestigen kann sondern nur dieses eine kleine nupsi hier aber wenn ich das ding jetzt komplett in der hand halte ich wüsste nicht warum das hier runterrutschen soll selbst wenn ich hier so ein bisschen dran rum bewege ja gut kann natürlich im schlimmsten fall geht es hier runter aber ihr seht es hat sich direkt wieder befestigt scheint nicht zu stören also ja gefällt mir jetzt schon ganz gut und dann hier ist übrigens kleines loch weil hier wahrscheinlich so habe ich das in manchen bildern schon gesehen nochmal ein led ist also nicht der ring herum fehlt ja hier sind ja auch ringe drum jetzt natürlich die frage ob hier die ringe verdeckt sind das müsste man mal mit der handy kamera oder so manchmal kann man das irgendwie sehen ich weiß nicht ob man das erkennen kann hier ist ein led ich sehe das hier nicht dran meiner video kamera ich wüsste jetzt auch nicht was ich einstellen soll damit ich das sehe naja das wird dann der tracking test zeigen aber so finde ich das erstmal total angenehm zu tragen klar hier wenn man das so zieht geht das weg aber ihr hält den ja normalerweise fest und dann dann ist das echt super bequem gefällt mir kann man natürlich kaum fester machen hier aber wenn ihr das fester macht ja doch würde theoretisch gehen das noch fester zu machen für kleine hände guckt es hier ein bisschen raus aber theoretisch geht das natürlich kann man den ja auch ab machen dann wenn ihr das sowieso fest haltet mache ich meistens tatsächlich aber zum doppelten schutz ist es vielleicht gar nicht so schlecht top machen wir den anderen noch dran und dann wird das ganze getestet hier ist übrigens noch so ein ersatz ding falls man den irgendwie verliert kaputt macht oder sonstiges hier seht ihr das vielleicht nochmal wie sich das ganze befestigt das sehen könnte in dem licht hier hier dieses plastik ding wird hier eingelassen und dann hält das eigentlich ganz gut so ich empfand das jetzt gerade viel einfacher das einfach rauszuholen batterie einmal raus befestigen darauf achten dass es auch wirklich klick macht auf plus minus achten und das ding hier dann wieder einfach rum das ist hier fest dann könnt ihr den rausziehen und dann hier dran ziehen und dann hast du akku draußen so ist das gedacht interessant zu sehen guck ich mir mal an jetzt hier kann man das ganze rausnehmen dann ist hier aber natürlich ein loch gibt es da so ein war das bei der quest irgendwie so ein ersatz nupsi dass man das hier rein machen kann in den controller ich bin mir gar nicht sicher oder bleibt es dann einfach offen naja ich lasse das erstmal dran aber schon wieder was neues gelernt über das gerät jetzt muss ich natürlich den akku noch mal rausnehmen hält auf jeden fall ganz gut also ich habe nicht das gefühl dass das hier von alleine raus geht wenn ich nicht diesen knopf hier drücke oh jetzt habe ich das hier eingesperrt ach komm schon so das ding muss nämlich hier gar nicht das ist hier eingeklemmt gewesen so raus hier jetzt haben wir es jetzt haben wir es hier wieder gucken dass der nupsi hier raus guckt dass das kabel hier schön raus ist alles drin der akku hält fest das schöne ist auch diese akkuhalterung hält natürlich das gesamte gummiding an ort und stelle so hier ist natürlich auch doppelt gewesen guck mal hier ne ok ja gefällt mir tatsächlich besser als das andere noch weil es ein bisschen lockerer ist und durch das silikon gibt es natürlich auch nach wenn ich mich bewegen möchte wenn ich jetzt keine Ahnung irgendwie meinen arm verrenke oder irgendwas machen will dann gibt das ein bisschen nach was für mich positiv ist so und außerdem hallo sind die controller dann schwarz das finde ich auch cool so das wird jetzt erstmal getestet so nachdem wir das ganze geunboxed und installiert haben gebe ich euch mein Fazit zu den Dingern ich muss sagen ich finde diese hier besonders schön die schwarzen hier die haben einen nice grip die machen ja optisch finde ich einiges her und warum auch immer finde ich die einfach nochmal ein tick bequemer als die anderen hier die habe ich jetzt nicht nochmal verbaut diese hier die sind einfach ein bisschen rigider ein bisschen stabiler bei kleineren Händen bestimmt trotzdem gut aber dadurch dass es hier alles aus so einem silikon ist ist es so ich habe ein bisschen mehr Freiraum ja es ist trotzdem fest hier geht nichts weg aber trotzdem ihr seht es es ist ein bisschen lockerer einfach und das gefällt mir persönlich super ansonsten kann ich beide super empfehlen der Zusammenbau ist super leicht einfach die Kappe wird einfach ausgetauscht ja das ist die Original Kappe die kommt ab dann kommt dieses hier dran oder eben dieses Silikon Ding hier und ja kannst du nur empfehlen also ne Schweißabsorbierung also keine Schweißabsorbierung aber man neigt ein bisschen weniger zu schwitzen in den Dingern finde ich ihr könnt das Ding abwischen und nichts fällt runter mir ist auch aufgefallen diese Dinger hier brauche ich gar nicht mehr ich werde sie wahrscheinlich abmachen und dann einfach nur noch so loslegen das ist auf jeden Fall mein Favorit was trotzdem für die anderen sprechen könnte ist eben dass man die super super leicht dran und ab machen kann zum Beispiel wenn ihr ein Gunstock benutzt könnt ihr die einfach wieder ab machen macht das Originale dran um dann das ganze in einem Gunstock dran zu machen und wenn ihr ein anderes Spiel spielt wo ihr keinen Gunstock braucht könnt ihr einfach die Grips wieder dran machen ist also ein bisschen Geschmackssache von meiner Seite auf jeden Fall eine dicke Empfehlung ich werde euch unten einen Link zum Kaufen reinpacken bei Amazon gibt es das ganze leider noch nicht aber bei AMVR könnt ihr sie dann direkt bestellen das handelt sich um Affiliate Links ein kleiner Disclaimer das heißt ich kriege ein paar Cent ab aber für euch gibt es gar keine Nachteile ihr würdet mich und meinen Kanal damit unterstützen und wenn euch dieses Video gefallen hat lasst gerne ein Like da abonniert diesen Kanal für mehr Virtual Reality Camps Geschichten in einem anderen Video falls ihr es noch nicht gesehen habt habe ich das hier getestet das Boro VR M3 Pro ein Headstrap was ich sehr gut finde aber mehr dazu in einem anderen Video könnt ihr übrigens auch gewinnen also solltet ihr es euch auf jeden Fall angucken und ja zur Quest 3 im Allgemeinen wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sehen geben noch ein paar Spiele werde ich austesten und irgendwann werde ich dann auch ein Review dazu raushauen wahrscheinlich werde ich erst mit einem Hands On starten aber ja paar Gedanken zu dem Headstrap äh zu dem Headset habe ich dann schon die ich gerne mit euch teilen möchte also dann wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein tschau 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 tschau